Jetzt, da wieder Brandsätze auf jüdische Einrichtungen fliegen, da die eingewanderten Parallelgesellschaften des vermeintlich zu Deutschland gehörenden Islams ihr wahres Gesicht zeigen, da eine im Untergrund herangereifte Massenbewegung hässliches Haupt auf unseren Straßen erhebt und das staatliche Gewaltmonopol herausfordert, Da schauen sie auf einmal alle ganz betrippst aus der Wäsche. Die jäh aus ihrem Dornröschenschlummer gerissenen Gutmenschen, die Haltungsbramanen der politischen Heuchlerkaste und die Selbstbeweihräucherer des Feuilletons. 20.000 Messer- und Machetenangriffe, hunderte ermordete junge Frauen, zahllose Gruppenvergewaltigungen hatten zuvor nicht den Realitätsschock auszulösen vermocht, den der nun dekufrierte Juden- und Israel-Hass vermeintlich integrierter Muslime binnen weniger Tage herbeiführte. Denn in der hiesigen Empörungskultur ist Antisemitismus wie auch Holocaust-Leugnung noch verwerflicher als antimuslimischer Rassismus oder Islamophobie. Nur deshalb wird jetzt der jahrelang unterdrückten Migrationsdebatte überhaupt aktuell eine neue Flanke geöffnet. Wie aber verhalten sich in dieser Debatte die Verantwortlichen und Klackhöre der Politik der offenen Grenzen, genau so, wie man es von ihnen erwartet hat? Angesichts dessen, was ihre Willkommenskultur nun sichtbar angerichtet hat, verfallen sie in bewährte deutsche Täterapologetik. Das haben wir nicht kommen sehen. Das haben wir nicht gewollt. Das hätten wir doch nicht wissen können. Ulf Poschardt schrieb in der Welt, Zitat, Deutschland 2023, wir haben das alles sehenden Auges zugelassen. Und Peter Thiede in der Bild, wir wollten Gutes und haben es vermasselt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag in Berlin vom Brandenburger Tor. Wir müssen jüdisches Leben schützen. Wir, wir, wir. Ähnlich äußern sich viele weitere Journalisten und Politiker. Vom hinterwälderischsten Leitartikler bis zum Edelklossisten, vom Bürgermeister bis zum Minister. Auffällig ist hierbei vor allem der inflationäre Gebrauch, das Wir. Es ist quasi der Pluralis Majestatis der moralischen Überheblichkeit, in dem weiterhin die jahrelange Ausgrenzung Aldera mitschwingt, die eben sehr wohl und sehr früh genau das hatten kommen sehen, was sich in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und in vielen anderen deutschen Städten dieser Tage abspielt. Niemand hat aber auf sie gehört. Denn es galt ja, wir gegen die. Hier waren die Anständigen, dort waren die Aussätzigen. Ihr Anständigen habt nicht nur die schleichende Islamisierung zugelassen und die Migration mit euren Refugees welcome, wir haben Platz und euren Keinen-Mensch-ist-illegal-Kampagnen immer weiter vorangetrieben. Nein, ihr habt weit Schlimmeres getan. Ihr habt all jene, die frühzeitig vor eurer selbstmörderischen Naivität gewarnt haben, stigmatisiert. Ihr habt jede sachliche Debatte verunmöglicht. Ihr habt jede Forderung nach Rückkehr zum geltenden Recht, zu geordnetem Grenzschutz, zu einer kapazitätsorientierten Aufnahmelimitierung gleichgesetzt mit braunem Gedankengut. Ihr wart es, die jede Warnung vor Islamisierung auf eine Stufe gesetzt haben mit Rassismus und Fremdenhass. Wer am Ende Recht behielt, das zeigt sich heute in unseren Straßen. Wer hierzulande rechtzeitig die Scheuklappen abgenommen hat, dem musste die verheerende Entwicklung früh bewusst sein, die jetzt in den Krawallen und Gewaltexzessen von Neukölln und anderswo kulminiert. Ich habe kein Erbarmen mit denen, die uns acht Jahre lang irrational, hysterisch und oberflächlich in die Nazi-Ecke gedrängt haben, weil wir unter der Weltoffenheit etwas ganz anderes verstanden haben, als Menschen ohne Kenntnis ihrer Identität, Herkunft und Motive wahllos ins Land zu lassen. Weil Toleranz und Religionsfreiheit für uns nicht bedeuten, einen islamistischen Untergrund in Deutschland zu dulden. Weil wir der Meinung waren, dass Einwanderung an strenge Bedingungen geknüpft sein muss. Ich habe sie nicht vergessen, die Namen der einstigen Freunde und Weggefährden, die mich 2015-2016 infolge meiner kritischen Positionierung zur Merkels Grenzöffnung entfreundet und geschnitten haben, digital und analog. Die mich in die rechte Ecke gedrängt haben, weil ich damals schon die multikulturelle Gesellschaft für eine tödliche Illusion hielt. Weil ich dieselben Positionen wie eh und je vertreten habe, die nun bloß plötzlich als rechtsradikal oder AfD-nah oder gar ausländerfeindlich galten. Diese Figuren sind für mich charakterlich allesamt erledigt. Und sollte sich der Wind hierzulande tatsächlich noch einmal drehen, wofür es mutmaßlich schon zu spät ist, und sie ihr Fähnchen dann wieder einmal erwartbar opportunistisch in den Wind drehen, dann sollen sie sich unterstehen, Bedauern oder Reue zu heucheln und mir nachträglich Recht zu geben. Darauf kann ich verzichten. Ich vergebe euch so wenig, wie viele Ungeimpfte jenen vergeben können, die sie noch vor kaum mehr als einem Jahr gesellschaftlich ausgeschlossen, geächtet oder gar geprügelt sehen wollten. Und zwar nicht, weil ich persönlich zu den zahllosen Fällen gehört hätte, die berufliche Nachteile durch diese Stigmatisierung erfuhren. Kündigung, Auftragsboykott, Rufmord, Psychoterror, Übergriffe. Ein Schicksal, das vielen anderen, von alternativen Medienmachern bis AfD-Politikern, nicht erspart blieb. Sondern deshalb, weil ihr mit eurer verblendeten Pseudotoleranz und Fahrlässigkeit Deutschland kaputt gemacht habt, indem ihr es seiner unabwendbaren kulturellen Zerstörung preisgegeben habt. Das kann ich euch nicht vergessen. Ihr seid schuld daran, dass dieses Land zu dem verkommen ist, was wir heute sehen, was sich heute in den Fußgängerzonen, Schulen, Parks, auf Sportplätzen, in Einkaufscentern und auf Bahnhofsvorplätzen in seiner ganzen Pracht darbietet. Wobei das alles erst die zarten Anfänge sind. Ihr wolltet es, ihr kriegt es. Man erntet, was man sät. Erstickt an eurer Weltoffenheit. einst Psalmen der Kostleuen abst Gold. 第 8 hatteélست want, bis Holly hohen viel denn wenn ihr Chiclin deutschen mit 3.5. Vielen Dank.